Ich fasse es immer noch nicht, dass sie mich dazu überredet haben. Nun hör mal auf mit der Norgelei, Herr Thaddeus. Mit Catering kannst du dir wunderbar ein bisschen Geld dazu verdienen. Und ich jede Menge Geld. Fällt dir was ein dazu? Und, wie war das? Perfekt, so und jetzt los mit dir. Die anderen Kinder wollen auch was zu essen. Oh, die sind alle solche Bazillenschleudern. Ja, natürlich sind das Bazillenschleudern. Es sind halt Kinder. Warum trage ich wohl diesen Ganzkörperlatex-Schutzanzug? Na schön, ich stürze mich in die Schlacht. Krabbenbürger, Krabbenbürger. Hör auf damit, du Essenverseucher. Such dir einen raus. Ja, hey. Ich bin infiziert worden. Hör auf, hör auf, hör auf. Hey, Kinder. Ich bin ein... Hör auf, hör auf. Oh nein, 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 nein. Hey, ich bezahle dich nicht dafür, Verstecken zu spielen. Diese Kinder wollen unterhalten werden. Jetzt runter da! Ich möchte so ein Luftballon-Tier haben. Was ist das denn? Ein Felsen. Oh, wow! Okay, du Geburtstagskind. Jetzt geht's mit Schwung an die Piñata. Hau nicht den netten Mr. Krabs. Du willst doch die Piñata treffen, Junge. Mein Bargeld! Findest du denn, dass ich wie eine Piñata aussehe, Junge? Ja! Auf ihn! Springt höher! Auf geht's! Oh, äh, vergiss bitte nicht, vor dem Hüpfen die Schuhe auszuziehen. Wir müssen von hier was finden. Diese Kinder sind eine Wassabtage. Sie haben mir den Kopf abgerissen. Vielleicht sollten wir wirklich abhauen, Mr. Krabs. Ich will mein Geburtstagskuchen! Kuchen! 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 Los, kommt Männer, verduften wir! Ich will mein Geburtstagskuchen! Ich will mein Geburtstagskuchen! Ich will mein Geburtstagskuchen! Untertitelung des ZDF, 2020